Hallo und willkommen zu einem neuen Mathe-Erklär-Video. Du bist ja jetzt in der 6. Klasse und in der 6. Klasse wird sich am Anfang ganz viel um Potenzen drehen. Und deswegen ist es wahrscheinlich eine gute Idee, einige wichtige Potenzrechengesetze aus der 5. Klasse zu wiederholen. Ich mache da jetzt einfach einige Beispiele so quer durch den Gemüsegarten, wie man so schön sagt. Schau dir mal das erste Beispiel an. Beim ersten Beispiel hast du ja hier a hoch 5 mal a hoch 3. Und das sollst du jetzt vereinfachen. Naja, das ist ja auch nicht so wahnsinnig schwer, weil a hoch 5 ist ja nichts anderes als 5 a's, die hintereinander aufgeschrieben sind. a hoch 3, das sind 3 a's, die hintereinander aufgeschrieben sind. Dazwischen ein Malpunkt. Naja, und du erkennst wahrscheinlich eh gleich, dass hier jetzt 8 a's dastehen. Bedeutet, ganz wichtige Rechenregel, wenn du irgendeine Variable hoch einer Zahl hast, mal derselben Variable hoch der anderen Zahl, dann musst du nichts anderes machen, als diese beiden Hochzahlen addieren. Haben wir da ja auch gemacht. Wir haben da 5, wir haben da 3 und insgesamt sind es jetzt 8. Gut. Okay. Das ist übrigens eine ganz, ganz wichtige Rechenregel, die man sich unbedingt merken muss. Diese hier. Sie ist aber Gott sei Dank so logisch, dass sie auch wirklich ganz leicht zu merken ist. Gut. Gut. Okay. Naja, und mit diesem Wissen kannst du jetzt einmal das erste Beispiel schon machen. Wir wissen, wir müssen die Exponenten, also die Hochzahlen, addieren. Wir haben also hier n, wir haben 2n und im Endeffekt muss sich ergeben n plus 2n. Gut, den Schritt hätte ich jetzt auch weglassen können, weil 1n und 2n sind ja 3n. Okay. Beispiel zerstört. So. Jetzt haben wir so ein ähnliches Beispiel, nur nicht mit Mal, sondern mit dividiert durch. Aber das geht ja ganz ähnlich, weil wenn du dir überlegst, hier oben stehen 8 As mit einem Mal dazwischen. So, da haben wir einmal diese 8. Unten stehen 6. Oh Gott, ich hätte kleinere Zahlen nehmen sollen. Das wäre schneller gegangen zum Aufschreiben. Und jetzt siehst du sofort, man kann hier einige wegstreichen. Also wegstreichen ist natürlich mathematisch absolut der falsche Ausdruck, sondern ich kürze 6 von diesen As weg. Naja, und dann sieht man auch sofort, was überbleibt. Nämlich, es bleiben nur mehr 2 As über. Und die andere wichtige, wichtige, wichtige Rechenregel ist, wenn ich oben irgendwas habe und unten irgendwas, wo jeweils die Basis gleich ist, aber die Exponenten verschieden, dann muss ich, wenn ich das zusammenfassen will, die Exponenten subtrahieren. Oben minus unten. Gut. Und dasselbe machen wir jetzt da bei dem nächsten Beispiel. Hier haben wir auch eine Division. Naja, und du weißt schon, ich muss die Exponenten subtrahieren. Also habe ich hier 6n minus 2n. Oder, wie gesagt, den Schritt hätte ich weglassen können. Insgesamt bleiben 4n über. Ja, und so geht das jetzt weiter. Beim nächsten Beispiel habe ich wieder eine Division a hoch n durch a. Naja, und wenn keine Hochzahl dasteht, kann man ja sich immer ein hoch 1 denken. Naja, und jetzt mache ich den Zwischenschritt schon gar nicht mehr. Du weißt, ich muss subtrahieren. Also, ich könnte auch hier gar keinen Zwischenschritt machen. n minus 1. Genauso funktioniert das Nächste. Auch hier kann ich mir a hoch 1 denken. Und es bleibt im Endeffekt über a hoch 10n minus 1. Und wieder einmal viele Beispiele zerlegt. So, okay. Schauen wir uns einmal die nächsten Beispiele an. Man sieht sofort, auch das ist eine Division. Was wichtig ist, man sieht, die Basis ist jeweils gleich. Die Basis ist hier minus a. Und hier oben habe ich 5n, hier oben habe ich 2n. Also, wieder munter drauf subtrahieren. Achtung, die Klammer ist wichtig. Und 5n minus 2n sind 3n. Das war es auch schon. Beim nächsten Beispiel habe ich beide Aufgaben, nämlich eine Multiplikation und eine Division. Und ich kann mir jetzt die Reihenfolge ganz einfach aussuchen. Also, ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, ich mache hier oben einmal gar nichts, einfach weil ich es kann. Und unten überlege ich mir, da habe ich a hoch 1 mal a hoch 5 ist insgesamt a hoch 6. Naja, und du siehst schon, a hoch 6 kann man kürzen. Und es bleibt a hoch n über. So, damit sind wir bei der dritten Rechenregel. Was mache ich, wenn ich eine Potenz habe und die noch einmal hochgenommen wird? Naja, dann muss ich die beiden Exponenten multiplizieren, weil ich habe jetzt nicht n mal ein a dastehen, sondern 3 mal das Ganze, weil ich es ja noch einmal hoch 3 nehme. Also, ich muss multiplizieren, bedeutet, ich habe a hoch n mal 3 oder schöner aufgeschrieben a hoch 3n. Dasselbe mache ich auch beim nächsten. Da habe ich wieder multiplizieren, a hoch n plus 1 mal 4. Nein, natürlich nicht. Ich muss ja das n plus 1 in Klammer setzen, gehört ja zusammen. Natürlich kann ich da die Klammer ausrechnen, also habe ich a hoch in die Klammer rein multiplizieren, 4n plus 4. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.